Hola amigos, ja, draußen ist natürlich das Wetter, ja, geht raus, habt Spaß, ich gehe später noch weg, ja, ich gehe zum Dartspiel, aber vorher noch gehe ich grüllen, ja, also ich gehe gleich auf meine Haare, weil das geht gar nicht, ja, ich muss auch mal wieder zum Friseur, mein Bart stoppen, also ein bisschen nachschneiden lassen, ja, schreibt es in den Kommentaren, was ihr macht, lasst ein Like da, checkt mein Instagram, Musical.ly und Facebook ab, ja, wir sehen uns, bis dann, ciao.